Ah, haha, hallo Leute, Aufnahme, huu, wir sind wieder zurück mit Left4Dead. Hallo, sag mal hallo. Vanillepudding. Vanillepudding. Hm, hallo. Also, ich bin der Tibrianus und da unten ist der Mimir. Hallo Mimir. Ja, hallo. Mir wurde Vanillepudding geschenkt. Deswegen bin ich glücklich. Ja, von Frau Uerich. Nein, von der Spiele des Sauerkörsch-Sirup. Ja, und Frau Uerich, die zeigt in Blackfire morgen denn auch ein hübsches kleines Hähnestchen. Ah, jetzt lebt's. Hört man mich überhaupt? Ja, man hört sich. Okay, gut. Beziehungsweise, Zuschauer, hört ihr ihn? Sagt es uns jetzt. In den Kommentaren. Das ist Kommentar. Wenn nicht echt gehabt. Ja. Der ist auch nicht so schlimm, weil er dich nicht hört. Ja, du bist eh nur so, du bist praktisch der bessere NPC. Ja. Ja. Tibrianus ist nur so laut, der ist sogar lauter, als meine Musik im Hintergrund läuft. Ja. Ja, bei mir auch. Ja. Ich könnte ja weiter vom Mikro weggehen, aber... Also ich habe gerade keine Musik im Hintergrund, weil ich gerade aufnehme, aber sonst wäre er es eben. Ja, ich habe jetzt nämlich ein gutes Mikro. Ja. Echt nicht? Mhm. Endlich mal wieder Left-to-Lead spielen. Ja, ich habe jetzt nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ich glaube, wir müssen Ponys reiten, oder? Ja, genau. Irgendwie sowas. Ja. Ich habe die letzten Monate eigentlich nur Dota 2 gespielt. Wäre denn überhaupt was? Ja. Oder wenn wir gut sind, kriegen wir ein Einhorn. Ah ja, okay. Ich habe eine Pistole. Ich fahre ein Pokémon. Ähm, wie hebt man Waffen nochmal auf? Mit E, glaube ich. Ah ja, hier haben wir es. Okay. Es wird sogar angezeigt. Nicht bei mir. Mir wird nichts angezeigt. Nehme ich jetzt die Schrotflinte, oder? Okay, mit rechten Maustaste schlägt man. Anlegen kann man nicht. Und so schießt man, gut zu wissen. Doch, du kannst anlegen. Hey, verschwendet deine Munition nicht. Vor allem schadest du ihm damit. Hey, halt auf. Hä? Warum schießt Lüß? Ja, wie kann man denn anlegen? Ähm, ich dachte, das ging nur mit einem Scharfschützen gemacht. Ach ja, stimmt. Das ging nur, ja, ja, hab ich vergessen. Hallo. Ähm. Ah ja. Hier, okay. Okay, los, mal ein Zombie. Was? Zombies? Zombies? Ich dachte, wir spielen mit Ponys. Ich dachte, wir spielen Pokémon. Was? Pokémon? Was? Ich habe doch Ponys gesagt. Ja. Und? Haben wir das ja nicht schon mal gespielt, das Level? Ne. Das kommt. Keine Ahnung. Mir kommt das verdammt bekannt vor. Ne, ich habe extra eben nachgeschaut. Sicher, dass du auch richtig nachgeguckt hast? Weil mir kommt das wirklich sehr bekannt vor. Ich glaube jedenfalls. Hm. Ich glaube, der Ankerpatch funktioniert nicht so ganz. Doch. Bei mir nicht. Oh. Hä? Danke. Oh, mir leckt es ein bisschen. Hä, wo sind... Also, es ist doch da lang. Was zum Teufel tust du, Francis? Er ist mir im Mobben. Ja, er ist nicht der Uncut-Pitch. Bei mir schon. Oh, nee, doch nicht. Komisch. Äh, nee, doch nicht. Hier ist die, äh, Dingens. Die Magnum und nehmen 16 Stummgewehr. Genau. Wie, wie. Okay, wie wir hinterher. Wenn ich sowas mal sage. Nein, du rennst doch hier im hübschen Männerpo hinterher. Hahaha. Wieso haben sie denn der Uncut-Dingens nicht? Das ist voll uncool. Keine Ahnung. Hier ist eine Witch irgendwo. Lass dir uns auch wecken. Ja, F-Maschen lassen uns nicht aus. Okay, doch, wir waren hier schon. Ja, sag ich doch. Hä, das ist komisch. Hä, keine Ahnung. Ich erinnere mich an das sehr wenig. Ich schon. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Kann das sein? Das kann sein. Äh, Boomer-Kotzen. Und Spitter. Ah ja, stimmt. So was von Ziel ist, was passiert hier? Wo sie sich nicht mehr, ich habe. Hinter dir. Ja, wir schießen gerade alle Zombies ab, die du auf dich lockst. Ich muss mich mal Vanillepudding essen. Ja, ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe beide Hände an der Tastatur und an der Maus. Das ist Gewichtgefunden. Oh, ja, da ist es zwei. Oh, na. Oh, what? Au. Sag das doch ein bisschen deutlicher. Was? Wie, was deutlicher sagen? Dass du sie angreifst. Ja. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht mehr. Du kannst nicht mehr schießen? Ja. Ups. Oh, entschuldige mich. Ja. Ach, kein Problem. Oh, Feuer. Oh, das soll ich vielleicht nehmen. Der Weg ist frei, wir können. Du solltest dich verarsten. Warum haben wir das Level nicht geschafft nochmal? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil Wolfsgeist irgendwas Blödes gemacht wird. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er noch irgendwelche Pillen wieder aufsammeln und ist deswegen in eine Sackgasse gerannt, anstatt durchzurennen zum Ziel. Hört sich bekannt an. Ja, also ist ja noch nie passiert sowas. Nein. Wo ist der Defi da? Bin ich mit, ich hab beim Ding ein Päckchen verbraucht. Ach so, gut, da ist noch jemand durchs Feuer gelaufen. Komm, vorhin. Was? Ah! Hilfe, Zombies. Spitter da hinten irgendwo. Der ist tot. Oh. Jockey. Ah! Danke, Mimir. Ah! Ja, auch gut. Bäm, Milch. Ah! Ding ins Tank. Nee, das andere Ding. Schicke. Charger. Danke, so heißt es. Ja, der alter Killstealer. Was soll ich da anbieten? Oh, Louis, halt mich. Ich mag Louis. Louis ist ein Penner. Danke. Du hattest nicht verdient, geheilt zu werden. Warum? Ich bin doch liebenswert. Und jetzt nach Vanillepudding. Nein. Ja, bla, 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 Mimia, wir müssen auch mal wieder Mess-Effekt 3 aufnehmen. Stimmt. Da ist ein Charger. Tank, Tank. Ja, das ist ein Tank. Okay, ich dachte, das war ein Charger. Er geht doch nicht los. Hilfe. Wo ist er eigentlich? Hier. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Hier ist ein Hunter, falls irgendjemand sein muss. Und wer den daran auszuweiten. Bitte. Hilfe. Tank. Auf. Hm. Fort. War es ein Tank? Na gut, dass du das gesagt hast. Sag, haben wir ja noch gar nicht gesehen. Boom. Boomer, ganz toll. Ja, genau, springen um die Ecke, Mimia. Tolle Idee. Ja? Es hat funktioniert oder nicht? Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Oh, ich bin voll im Arsch. Lade nach! Ich mag das Geräusch, wenn ich schieße. Warum? Oh, cool, Pill. Hier sind Leichen. Nie. Bhav, leichenschö subjective. Hahahaha. Ach! Das war es meinst. Meistbar, es meint man. Dann noch ein Ausschnitt für RTL. Ah, der altveilig. Alter, das ist voll geil. Die Enough, di Noel,�� der sich in Ruhe. Das hat jetzt übersteuert. Total. Ja, das war auch der Sinn der Sache. Hey, auch damit. Lass das. und nicht übersteuern danke, warum hast du mich geheilt? ja, du hast fast ne, und? okay, gut, wenn du sterben willst, dann ne, du hast doch gerade gesagt, ich finde es nicht wert, geheilt zu werden bist du ja auch nicht, ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum er das jetzt getan hat ich habe eine bessere Pistole, glaube ich hier ist eine Kettensäge oh, meine du brauchst doch die Axt, du Wikinger, du ja, aber ich habe noch keine Axt gefunden deswegen nimmt er die moderne Axt die Kettensäge oh, was zum Teufel hast du irgendwas in die Luft gesprengt? in der Luft in der Luft in der Luft in der Luft gesprengt, warum? wenn wir hier irgendwelche Kera Porzellandinger um mich herum geflogen sind plötzlich oh, 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 das war nicht gut du, der kommt da jetzt nicht hin, hier ist ein ne, der hat dazwischen ja, es ist ein bisschen Säure, verdammt nochmal ihr seid doch nicht aus Zucker nein, aber aus Fleisch und du ästst Säure so weg ich wünschte, ich hätte dich nicht geheilt ich habe es dir gesagt ich hätte ein Defi ja, Tibrianus, du kannst mich heilen ja, dann zack rechtsklick ich muss gerade an die Zähne denken wo ich vor Wolfi stand und er so gesagt hat teilen mich und dann aus mich vor ihn hab ich mich vor ihm geheilt und ihm ins Gesicht geschossen ha, wie lustig haha wir zwei herstellen ne, ist nur umar kotzen Hilfe, ich bin halbtot, heilen mich, okay ich stehe vor ihm, heilen mich und schieße ihm ins Gesicht und essen Cha Cha Arter so er wusste zu mir warum die immer zu mir kommen keine Ahnung so hübsch bist vielleicht und du bist die Welt fertig zu sehen er ich bin keine Tussi doch eine die Hälfte ist das Mädchen was die Hälfte der Lady ich habe eine bei der Lady wo geht es eigentlich an hier links ich habe mich immer eine Reichweite von diesem Ding du hast den Boomer gefunden herzlichen Glückwunsch war hat kommen das ist mein Name wo geht es nicht hier lang ein Boomer hat Mimie vollgekürzt ich folge Mimie der weiß das sicher kann man drüber nein kann man nicht das soll doch ein blödenloser Shooter sein Vorsicht einige Autos verfügen über eine Alarmanlage vielleicht weiß Louis ja wo es lang geht oder auch nicht hallo Alarmanlage ist mir durch das ach wir müssen hier glaube ich hier lang durchs Parkhaus gehen wir hier durch ich will aber nicht durchs Parkhaus warum hallo Auto dieses Auto ist faszinierend ja hier geht's lang Hunter und Jockey Mimie Mimie ich hab dich geheilt ich darf das ich glaube nicht dass es so funktioniert ha 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 wieder da hey du bist durch die Wand gekommen Schilder Wallhack Noob Team was achte er erst mal fällt gegen stimmens rennt das mit dem nicht funktionierenden uncut ist total doof ah ich hab nen jockey ja irgendwie schon und ein smoker nein es war schon einer da ach so ja der hätte mich gepackt ach so dann ist es klar dass ich den nicht gesehen hab weil du dich um andere kümmerst ja da vorne sind wir sicher habt ihr es gehört ja sieht hier schon so sicher aus mit den ganzen leichten im gang sind wir wirklich sicher oh hier ist wirklich ein schutzraum oh oh ja cool ist ja noch draußen ah ja so war es na so war es nicht übel bäm Held wir sind die besten schlechter als die KI wie immer also ich bin der Tank schlechter ja du wurdest auch du warst auch sein Hauptziel mhm und Witch Jäger ne ach quatsch das ist das Thema das bin ich da hast du wieder den wenigsten Schaden gemacht die Witch stand aber auch komischerweise direkt vor mir und ich hab schon damit gerechnet am Boden zu liegen aber dann hat sie sich umgedreht und dich umgenietet ja ich weiß auch nicht warum ha ich hab mehr getwittert als die alle zusammen also von den Special Typen ups ich will immer anlegen und dann haue ich so du bist dir sicher dass wir das nicht geschafft haben doch haben wir glaube ich es war irgendwie ich muss mich verguckt haben ist ja egal du stehst im Weg sei still ich bin beschäftigt ok dann war es mal das für die Folge hey komm mal zurück warum ja weil wer die Folge beenden will komm doch mal rein komm doch mal rein ok bis zur nächsten Folge dann Leute sagt auch tschüss tschüss alter